Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und ja, wie ihr seht, sind wir schon wieder beim Michael und nicht mehr beim Trevor, so wie wir in der letzten Folge aufgehört haben Leider ist es so, dass wir die alte Aufnahme oder die Aufnahme, die ich gemacht hatte, ist mir irgendwie abgeschmiert oder irgendwie hat irgendetwas unterbrochen und ich habe das leider nicht gecheckt oder nicht gesehen darum ist eigentlich die ganze Aufnahme weg und ja, darum die Missionen überspringen beziehungsweise es waren zwei Missionen, die wir gemacht haben in einer Folge das wäre einerseits mal dort gewesen, wo Trevor zurück zu Los Santos gekommen ist und dann haben wir noch schnell zu Michael rüber geswitcht, weil ich wollte schauen, ob es möglich ist Trevor und Michael anzutreffen auf der Strasse, aber dann hat schon die Mission gerade angefangen mit Fame or Shame, wo wir nicht Tracy bei der Mace Bank Arena die wir dann besuchen gehen sagen wir jetzt mal oder wir mussten dort einfach wieder ein wenig beschützen damit es nicht irgendwie ein Scheiss abgezogen im Fernsehen und dann haben wir ja Leslo verfolgt und haben dann nachher seinen komischen Dance Move aufgenommen oder Trevor hat das auch mal gemacht so, ich hoffe jetzt verhebte Aufnahme wenn ja, dann ist es auf YouTube wenn nicht, dann ist es nicht auf YouTube Jedenfalls müssen wir jetzt Dave treffen das ist ja der FIB Typ glaube ich oder einfach sonst ein Polizist und jetzt müssen wir zum Observatorium rauf gehen Wir gehen jetzt am besten gerade mal gescheitert und schauen mal was dort dann eigentlich für eine Mission startet Holy Shit Alter Jetzt bin ich also recht aus der Kiste rausgeflogen zum Glück haben wir es überlebt zum Glück haben wir es überlebt also wir fahren jetzt zu diesem Observatorium rauf er ist ja zum Glück nicht wahnsinnig weit weg von da gut also sind wir da im Observatorium und jetzt müssen wir da den Dave suchen jetzt weiss ich gar nicht ob er ein weiter runter ist oder ein unten wir gehen jetzt einfach mal da hinten ich glaube es das ist schon richtig ich gehe das ja sorry ich gehe das hier ja ich gehe das ich gehe das ich gehe das ich gehe das nach hier hier Okay, ich habe es geschafft, mich verraten. Du wißt du was? Du schaffst mein Leben. Denn du hast es gesagt, motherfucker. Was? Du hast es gesagt. Trevor. Ein paar Tage vorhin. Aber wir haben wirklich nichts darüber gesprochen. Aber wenn nicht, wann, er beginnt zu fragen, warum du nicht die Worms nach der Kanadischen Borde. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheiße. Wir sind in es. Together. So, wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann würde ich das sagen, dass meine Probleme sind, deine Probleme? Nein. Nein. Was wenn ich meine Arbeit verletze? Wenn jemand kommt in meine Bücher, beginnt zu lesen, sie sehen die Dinge ich habe. ich weiß viele Dinge, ich kann eine Pläne für fünf Jahre, aber du... 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 wieso habe ich auch R1 gedrückt? Ach, scheisse! So, nehmen wir den mal. Jetzt kommt ja dort noch einer, hm? Da kommt der schon... Oh, ich schau dir den Schrotflinten. Wieso kommen wir die immer gleich mit Schrotflinten? So, perfekt. Okay, Schrotflinten, wenn sie mit Wahnsinn vermuten. Aber das reicht dem auch. Der hat auch einen Schrotflinten gehabt. Sehr gut. Holy shit! Boah! Wer hat der gehabt? Das MG... Ah, das MP... Okay, ja. Nehmen wir das. Dort ist einer gewesen, den habe ich schon gesehen, aber den lassen wir. We have to contain this facility. There we are with your business! Und wieso sind die schon schwer bewaffnet in einem Leichen-Scharhaus? Hm, ich möchte nochmal rauf da, hm? Ich kenne noch die Map von Schlitzer in einem GTA Online-Modus. Dann habe ich auch, glaube ich, sogar mal ein Video gemacht, das ich aufgeladen hatte. Es ist auch ein sehr, sehr geiler Spielmodus. Leider spielt den fast niemand mehr. Dann ist es, glaube ich, zu Halloween oder so mal gekommen. Von etwa zwei, drei Jahren. So, dann haben wir jetzt gerade etwa vier Arschlöcher gemacht. Dann haben wir noch hinten drüber. Tschau! Ich stehe hier wieder ab. Ah, da kann man raus, aber ich möchte noch meine Waffen holen. Wobei, das sind ja nicht so wahnsinnig viele, glaube ich. Ja, das sind ja nicht so viele Vögel. Aber wir haben es eben genau da. Oder so ungefähr besser gesagt. Und jetzt? Hallo? Ah, so. Also gut, jetzt haben wir das Auto. Jetzt müssen wir noch die Schmier loswerden. Dann gehen wir am besten hier wieder kurz in Alice River runter. Dann gehen wir hier runter. Hier unten wird man die eigentlich am schnellsten los. So. Ja. Nein, so vorne kommt mir noch das Auto entgegen. Wir fahren jetzt aber gerade den Kanal da vorne wieder. Und da sollten wir sie eigentlich gerade wieder loswerden. Ausser wir verlieren sie sogar schon unterwegs. Ja, wir gehen da mal schnell da rein. Jetzt warten wir kurz kurz. Vielleicht verlieren wir sie da rein. Jetzt warten wir kurz kurz. Jetzt warten wir kurz kurz. Sieht aber gut aus. Uh, da vorne kommt ein Schmier-Ato. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück. Ah, gut. Perfekt. Hey, Mike. Ja. Hey, wir brauchen zu sprechen. Richtig. Wir treffen uns an diesen Öl-Derracken, nur außerhalb der Stadt. El Burro Heights. Und sicher, dass du nicht taillierst. Mann, das klingt nicht so gut. Weißt du, ich bin aus meiner Stelle. Perfekt. Also können wir jetzt... ... Surah hier. Jetzt gehen wir zu den Öl-Ölböhrtürmen. Ölböhr-Türmen. Weißt du, wie viele Spouten ich vorhin habe? Ich bin 그렇지. Sie sind nicht schön, wenn das eine Konzellung ist. Was passiert? Es gibt einen großen Tarket ab. Das sind etwas in den Schäden. Die Daten und Algorithmen sărieren auf die Charts. Whoever finds it, the Bureau or the Agency, is going to get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, baby. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the span I just had with those Agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Okay, we'll be right back here and see Franklin. Holy shit. Mhm. was supposed to go wrong guy got killed so i had to go into kind of an informal witness protection program he helped me i didn't reveal secrets of his everything was cool problems started when recently i became unretired i mean he shows up starts calling in favors telling me to do shit i mean look franklin i'm working for the fucking feds oh fuck man oh fuck man yeah and ain't even the worst part oh i ever tell you about trevor hmm man i i think so if you only think so that i wasn't being completely honest he's i don't hell walking on earth that's what he is well let's bury this motherfucker oh yeah good luck with that shit i mean trevor and i got history complicated fucking history look i've done a lot of things that i ain't proud of okay i never claimed to be an angel but you meet trevor franklin you'll swear i am an angel so what's the mood in man i don't know fuck i'm just gonna you know try to play both sides you know until i can find a way out of this shit all right man look man you help me the way i see it man the least i can do is help you it's a death sentence franklin man i i ain't trying to hear all that shit man if the bill ain't gonna take you to court them motherfuckers just hustlers anyway and i ain't gonna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree fuck that hey you're a good kid franklin this means a lot to me like i told you i'm a terrific thief i'll find something for you big now come on you better take off all right man i'm with you i'm with you so gut also dann haben wir da die mission auch bestanden und dem franklin haben wir noch ein bisschen glabern gehabt und ja das wäre es jetzt aber schon mal gewesen von der mission als nächstes würde ich mal sagen jetzt haben wir ein paar missionen gerade schon freischalten jetzt haben wir drei stücke auf dem schirm mal von franklin haben wir lustigerweise oder komischerweise besser gesagt gar keine mission mal nur da haben wir eine aber das ist die trisha da dort wie die heisst oder tanisha oder trisha ähm und von trevor haben wir jetzt noch eine drauf also gut dann würde ich mal sagen das wäre es gewesen mit der erfolg von gta5 wenn es euch gefallen würde ich natürlich immer über eine bewertung freuen und sonst müssen wir einfach wieder in einen anderen teil wieder bis dann sagen wir machen es gut schönes täglich noch und ciao